On-Demand-Coaching-Kurs Woran afrikanisch-europäische Liebesbeziehungen scheitern Vollständige Liste tiefer und detaillierter Problemfelder in afro-europäischen Beziehungen Umfassender Leitfaden zur Überwindung schwarz-weißer interkultureller Herausforderungen Probleme, die Liebesbeziehungen zwischen Schwarzen und Weißen erschweren Das erreichst du mit diesem Kurs Liebe und Kommunikation neu entdecken Unterschiedliche kulturelle Hintergründe können zu Missverständnissen führen, wenn es darum geht, Liebe zu zeigen und zu kommunizieren In diesem Kurs lernst du, wie Afrikaner und Europäer Liebe unterschiedlich ausdrücken und wie dies eure Beziehung beeinflusst Familie spielt in den meisten Kulturen eine zentrale Rolle, doch die Vorstellungen von Familienstrukturen und Pflichten können stark variieren Der Kurs hilft dir, die Erwartungen deiner eigenen Familie und der deines Partners zu verstehen und begründet, wie diese kulturellen Unterschiede zu Spannungen führen Konstruktive Konfliktbewältigung Konflikte sind in jeder Beziehung unvermeidlich Aber die Art und Weise, wie sie bewältigt werden, kann stark von der kulturellen Prägung abhängen Dieser Kurs gibt dir Werkzeuge an die Hand, um verschiedene Konfliktbewältigungstrategien zu verstehen und beleuchtet die unterschiedlichen Herangehensweisen Finanzielle Integration und Verantwortung Geld kann in jeder Beziehung ein sensibles Thema sein, besonders wenn unterschiedliche kulturelle Hintergründe und Erwartungen aufeinandertreffen Der Kurs hilft dir, finanzielle Spannungen zu erkennen und beleuchtet die Hintergründe der verschiedenen Erwartungen Treue und Vertrauen Die Bedeutung von Treue und Vertrauen kann kulturell stark variieren In diesem Kurs erfährst du, worin diese Unterschiede begründet sind, die eure afro-europäische Beziehung gefährden Du lernst, weshalb kulturell bedingte Missverständnisse im Umgang mit Treue und Loyalität auftreten Sexuelle Stereotype und Erwartungen verstehen Kulturelle Stereotype über Sexualität können eine Beziehung belasten und zu Missverständnissen führen Der Kurs hilft dir, dieses Stereotype zu erkennen, um eine gesunde und respektvolle Sexualität in deiner Beziehung zu fördern Religiöse und spirituelle Unterschiede respektieren Religiöse Überzeugungen und spirituelle Praktiken können eine Quelle der Inspiration, aber auch der Spannungen sein In dem Kurs erfährst du, wie diese Unterschiede sich auf eure Beziehung auswirken und diese gefährden können Überzeuge dich von den Erfahrungen der Menschen, die den Kurs schon gekauft haben Stelle jetzt risikofrei Dank Geld zurück Garantie Sicher dir die exklusiven Bonusgeschenke und Rabatte zu jeder Bestellung nur für kurze Zeit